Ich habe bei Sojanus Ruf ein bisschen zugegeben. Der in die 60.000-Johann-Gruppe klingelt. Die hat mit dem Abstraß abgehoben. 30 Kilo abgenommen. Ich habe die Wöcke zumулetzt und seit 2 Wochen bereitgebearbeitet. Es ist ganz heißig. Ich habe sogar 30 Kilo abgenommen. Wenn ich mich seit 20 Jahren verarbeitet kann, wenn ich mich bereiflich im Spiegel schläge, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.